hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen youtube video auf diesem kanal vom juhovo farmprojekt wir haben es mittlerweile schon märz leute es hat durchgehend geschneit und deswegen haben wir keine folgen für euch aufgenommen es war echt langweilig weil wir noch keine tiere haben das sollte sich jetzt aber wenn wir nach dem ersten schnitt hier und dann nach dem ersten sag ich mal ernte nach der ersten ernte sollte sich das ändern ja du bist so hafer sehen hier auf feld 63 und 62 für die pferde und ja wir kriegen drei pferde und mit dabei ist natürlich der liebe marlon moin ich sagst du nicht wer dir vernachlässigt nein der marlon ist auch wieder dabei und ja wir starten mal du kannst du das ja mein letzter wo ich hier sehe mit dem mit der schönen sagt maschine erzählen leute der marlon erzählt erzählt euch gleich noch was lustiges hast du jetzt mit der sehmaschine oder was das kannst du dir immer schön erzählen nein das ist nicht passiert was denn die scheiße hat sich nicht angehoben egal das ist ja eine ding sehmaschine mit grubber ich brauche einen abocounter meine fresse mama erzähl ihm das mal in der zeit wo du das bist ja also ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll ja das ist auf einmal nicht mehr ging die links ja also wir haben eine sehmaschine gehabt von einem paket und ja und auch einmal wollten wir wollten wir hafer ansehen aber dann ging es halt nicht weil die sehmaschine da haben die angeschaltet dann ging sie wieder aus dann hat man das problem dass wir die sehmaschine das paket im motto hat mich gefunden haben und ich und das heißt ich kann ja so ich bin so schlecht im erklären das ist so was wolltest du sagen keine ahnung ja auf jeden fall leute diese dieses paket hat dazu geführt dass unser surfer abgeschmiert ist immer oder das vermuten wir jetzt einfach mal so und die sehmaschine ging einfach nicht sie ging einfach nicht wir wollten wir wollten die folge starten dann ging es einfach nicht einfach einfach so ich schreibe heute mal dann haben wir den mod jetzt rausgenommen so leute wenn ihr uns auf youtube natürlich kostenlos unterstützen wollt lasst gerne ein like ein abo und aktiviert die glöcke so beim das läuft aber mit dem hafer hier leute so youtube name so tessatur s p o x klein s suchen starten so hast du irgendwie eine id oder so was hast du eine id wie eine id ja dann hat dein youtube kanal eine id e-mail-address oder was ne id was für eine id junge muss ich doch haben oder nicht nö ich hab e-mail-address und passwort ja trotzdem jeder youtube kanal hat doch eine id nein ja jeder hat eine aber das weiß nur youtube die id also ich hab keine id zugeschickt bekommen schade so leute weiter gehts so 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 das muss doch ja vielleicht irgendwo beim E-Mail-Postfach gib da einfach mal YouTube-Name ein ja das Problem ist wenn ich den YouTube-Name hier eingebe dann sagt der mir die ganze Zeit er findet nichts ja weil ich nur 37 auf dem Ende hab denn so 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 Schau, 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 schau. Ohhhhhhh Ohhhhhhh Sollte, Neesl's Head here Ähm 37 auf Momenten Geht doch Dafür dass wir es erst zu kurz machen Alter Mö, ne? Ist jetzt nicht passiert, ne? Was? Alter Ah danke, du musst ja immer diese unordentlich reintun Ja Ja, die scheiß Paletten Das war ich nicht Nein, du hast dich nicht reingesmissen Alter Leute, ich frage mich echt gerade, ob die zwei Felder reichen Ah, Mist Da müssen wir ein Jahr mit auskommen Ich weiß nicht, sagen wir noch das dritte machen Was sagst du denn, Marlon? Das passiert mich gerade nicht Ja, ne, komm mal, jetzt hat die Palette kann ich mal Manchmal sind die auch so verpackt, ne? Und zappeln die auf der Kabel vorne rum Wo ist überhaupt ein Kabelstapler hin? Mann! Das hat wahrscheinlich nicht gespeichert Jaa, gib dir gleich mal, es hat nicht gespeichert Hey, ja, ist das so? Da wird hier die rechte Rechte Natürlich hat es gespeichert, der ist da Jaa, ich bin Jaa, ich bin Jaa, ich bin Ich bin Meiner? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt einfach den hier. Sollte oder ja. Was hast du denn gemacht, ey? Ich habe heute noch ein Ding gestartet mit Hilfe. Irgendwo kurz zurück. Okay. Ich werde dich nicht wundern, das ist eine sehr unvorbereitete Folge, wenn jetzt Mardor mal weg ist. Die kam jetzt einfach so die Folge, weil... Auf einmal war März, auf einmal muss Hafer drauf und Kartoffeln und sonst weiß was ich. Aber ich glaube, der Hafer sollte reichen. Das müsste reichen, ja. Das war's. 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 à Was ist das? dann schreibt doch mal gerne in die kommentare was eure trecker lieblingsmache ist meine ist schon dir und klasse es meine meine hermosa und hermosa und hermosa es ist meine anexion favorita dame tu judo und raube die 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 das be am Das war's für heute. So Leute, ich würd's aber sagen, das war's schon wieder mit der Folge. Wir haben zwei Pferde Hafer angepflanzt für die Pferde. Und, äh, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt uns gerne kostenlos mit einem Like und einem Abo. Aktiviert die Glocke, ne? Okay, und dann würde ich sagen, haut rein und ciao.